Wir beobachten, wir beobachten gerade nebenbei den Öl. Ich muss mich eigentlich hinter das Eis hervorheben. Einfach zu gucken, mit dem Wafferbach kann man sehr viel Gerecht erledigen. Ich muss mich, mit dem Wafferbach, mit dem Wafferbach, mit dem Wafferbach, mit dem Wafferbach. Das ist leider noch richtig gut für mich, wenn ich es echt erledigen würde. Und meine Ausgabe verhaftet ist toll. Ich würde den Futter dehnen echt einfach mal. Da kann ich euch gleich mal auch zeigen, wie das mit dem anderen Eis funktioniert. Wie gesagt, das kann man bestimmt erhalten. Das kann eigentlich funktionieren. Das ist mit meinem Geld, weil ich kann ein Video ansehen. Das mache ich aber nicht, weil ich ganz oft flogen werde auf die Aufnahme. Das machen wir jetzt einfach zwei Mal. Ja, ich habe hier super freigeschaltet. Ich warte. So. Tschüss! Ich weiß nicht, dass ich gar nicht aus dem Boot tritt. Also da konnte ich euch schon mal das auch zeigen. Ich wusste, den Parker ist da rum. Ich wusste, den Parker ist da rum. Jee! Ich glaube, das ist so gut. Mit Amperschweiß hinten. Um. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut.